ÖVP-Ministerin Caroline Edstadler ist bekannt für ihre eigentlich so coole Art. Doch dass die Ministerin ein echtes Fangirl sein kann, das verrät sie jetzt sogar selbst auf ihrem Instagram-Account. Dort sieht man sie im lässigen Business-Outfit, zu dem sie Mückstein-liked, trendige Sneakers trägt und zwar auf Promi-Jagd. Beim Fastfood-Restaurant McDonald's entdeckt Edstadler Kult-Sänger und Medienliebling DJ Ötzi. Und da kann selbst die Ministerin nicht mehr dran vorbei. Sofort wird um ein gemeinsames Foto angefragt. Hey Baby, denkt sich da der DJ, das machen wir doch und steht dafür glatt von seinem Burger auf. Aber so schnell können die beiden Austro-Promis gar nicht schauen, crasht das Foto schon ein Fan von offensichtlich beiden und der drängt sich dann auch noch in die Mitte. Am Ende hat die Caro dann aber doch noch ihr Foto mit dem Gary und damit einen weiteren Star für ihre Sammlung. Politisches Engagement zahlt sich eben aus.